Einen Dank an Achim Krischel für die Nominierung. Selbstverständlich nehme ich die Eiskügel-Herausforderung an. Auch ich möchte den ca. 6.000 bis 7.000 ALS betroffenen Menschen helfen, ihre Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern. Aus diesem Grund darf ich auch alle Nicht-Nominierten bitten, an die ALS-Ambulanz der Berliner Charité zu spätten. Um die Spendensumme zu erhöhen, nominiere ich heute 4 Personen. Markus Schlechtringen vom Blumenhaus Schlechtringen in Betburg-Caster. Andreas Bruckmann natürlich, Inhaber der Firma Gewitec in Hürr. Rolf Max Lang, Inhaber der Teufelsküche in Wiel-Drabenderhöhe. Und nicht zu vergessen meinen langjährigen Freund Dr. Ralf Mühlenhaus, Amtsleiter des Amts für Rettungsdienst, Brand- und Bevölkerungsschutz beim Oberbergischen Kreis. So und jetzt mache ich mich richtig nass. Danke Pfeiffer. Wenn du noch keine Spendung machst. Holla! Ja, lieb man. Suchheureika! Was? Was? Was?